Jetzt kann man mal sehen, wie ich mit Sina geübt habe, an die Hufe, ohne dass sie festgebunden ist. Einer so der Zwischenschritte. Jetzt kann man mal sehen, wie ich mit Sina geübt habe. Sonst wurde eher bockig. Laut Veterin hier am Kronach hätte ich ja nur mit Gewalt und Zwang gearbeitet. Jetzt kann man mal sehen, wie ich mit Sina geübt habe. Jetzt kann man mal sehen, wie ich mit Sina geübt habe.